Kinder, Erwachsene, Alte, Junge. Alle brauchen irgendwann mal ein Medikament und jeder ein anderes. In Deutschland gibt es mehr als 20.000 Apotheken. Über 150.000 Menschen arbeiten dort und die sorgen dafür, dass jeder die richtigen Medikamente bekommt. Damit das reibungslos klappt, gibt es in der Apotheke verschiedene Berufe. Ich arbeite total gerne als Apothekerin. Es ist einfach toll, einen Job zu haben, in dem ich Menschen helfen kann, wenn es um ihre Gesundheit geht. Ich finde es außerdem gut, dass ich meine Arbeitszeit flexibel einteilen kann und so auch mehr Zeit für meine Familie habe. Mein Beruf ist vielseitig, denn ich gebe meinen Patienten ja nicht einfach nur ihre Medikamente. Ich erkläre ihnen auch, wie sie sie einnehmen müssen und welche Neben- und Wechselwirkungen es geben kann. Wenn es um Fragen zur richtigen Ernährung oder zu Impfungen geht, berate ich auch. Und um Krankheiten vorzubeugen, messe ich den Blutzucker, den Blutdruck oder das Cholesterin. Ich bin PTA. Das bedeutet pharmazeutisch-technische Assistentin. PTAs unterstützen die Apotheker bei ihrer Arbeit. Viele Patienten brauchen Medikamente, die man nicht fertig aus dem Regal nehmen kann. Ich stelle die selber her und muss dabei sehr sorgfältig sein. Das nennt man Rezeptur und macht echt Spaß. Im Labor prüfe ich die Qualität der Arznei und Hilfsstoffe, die wir dabei verwenden. Und ich berate Patienten auch zu Medikamenten. Ich arbeite als pharmazeutisch- kaufmännische Assistentin, also als PKA. PKAs managen die Warenwirtschaft in der Apotheke. Das heißt, ich bestelle Medikamente und andere Waren. Ich kontrolliere vor allem die Lagerung und den Bestand. Denn eine Apotheke hat ja immer mehrere tausend Arzneimittel auf Lager. Außerdem kümmere ich mich um Marketing und Werbeaktionen, zum Beispiel die Schaufensterdeko. Damit unsere Patienten ihre Medikamente immer schnell bekommen, arbeiten wir mit dem pharmazeutischen Großhandel zusammen. Der sorgt dafür, dass die Apotheken mehrmals am Tag beliefert werden. Das ist eine ziemlich aufwendige Logistik. Egal ob Apotheker, PTA oder PKA. Wir kümmern uns überall in Deutschland darum, dass jeder genau das Medikament bekommt, das er braucht. Das ist unsere Mission. Wenn es nötig ist, liefern wir wichtige Medikamente auch nach Hause. Wir sind für alle unsere Patienten da. Für Senioren, genauso wie für junge Familien. Überall in Deutschland. Und weil es überall Apotheken gibt, sind die Aussichten, einen sicheren Job zu finden, sehr gut. Egal wo man arbeiten will. Ob auf dem Land oder in der Stadt. Wir arbeiten nicht nur in Apotheken, sondern auch in anderen Bereichen, wo es um Arzneimittel geht. Wir sind in Krankenhäusern, in der Industrie und Forschung, in der Verwaltung oder bei der Bundeswehr. Unsere Jobs sind abwechslungsreich und spannend. Übrigens zeigen Umfragen, dass 90 Prozent der Menschen großes Vertrauen zu uns haben. Das ist ein gutes Gefühl. Pharmazie hat in Deutschland viele Gesichter. Auf diese Vielfalt sind wir stolz. Unsere Jobs sind spannend und machen Freude. Komm ins Team.